Wir haben alle gefunden, wir drehen jetzt hier weiter. Da haben wir euch ja gesagt, die Alte anfing zu knatschen. Popcorn, lass dich scheiße sein, was machst du denn hier mit meinem anderen Handy? Alter Saukerl, wie fandst du das? Sei mal ehrlich. Wie? Ja, wie fandest du gerade den Auftritt da? Hier? Was sagst du dazu? Ich dachte, du kriegst ja besser, was er wird. Aber ich möchte jetzt nicht mehr rum eigentlich. Ach, das ist doch ein Witz. Ist ein Witz. Guck mal hier, der jagt auch direkt 20 Euro in Windeseile. 40 Sekunden am Film. Was ist denn hier los? Wir sind immer am Kaffee geniebt. Ne, das ist echt so. Was ist denn jetzt hier los? Wow, erster Gewinn. Ich breche ab. Brrrr. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Jetzt schon mal am Arsch. Muss man natürlich nochmal nachpumpen. Bringt ja alles nix. Oh, alter stoppst du die Scheiße mal da rein. Geh mal am Sack. Ja, ist doch wahr. Ja, ist doch wahr. Ich krieg's aber. Kannst du ja mit Gefühlen machen. Gefühle. Ich hab keine Gefühle mehr. Ich bin immun, ey. Verlieren, gewinnen. Schau mal, was der Mistbock hier macht. Deswegen ist Ton. Nicht so wie eben da. Eine toten Kackbude. Ja. Convertis Aurum. Aurum. Ah, das Ding geht mir um den Sack, ey. Komm, Baby. Komm, Baby. Das wäre schön. Jetzt. Oh. Binde dich. Noch mal. Ja, geil. Ich hab die erst falsch wieder heute. Ich kack ins Essen. Nein. So, was zahlt der? Ich sag so 40 bis 60 Euro. Ich sag 86 Euro. Ja, wenn der jetzt gekommen wäre schon ein schlechter. Ach, du Christi. 86 hast du gesagt. Komm, Baby. Komm mal da. Ein Dreier, ein Vierer. Den muss verlängern bei dem Spiel. Jetzt. Ach. Ach, ist da mies. Zeigt nichts, Mann. Boah, ne. Erzähl mir mal an. Ich bin versorgt, ja. Ich bin richtig versorgt. Guck dir an. Guck dir an, Mann. 4,40 Euro, ey. Ja. 80 Cent, Alter. Jetzt kommt der Eierkopf direkt. Ich hab gedacht 40 bis 60 Euro, Alter. Das ist ja selber schon kippt. Geteilt durch 10. Der kleine Bleichraum. Das ist meine ganze bräune Flöten hier, Mann. Nee, aber crazy. 4,40 Euro ist schon krass, Alter. War schon nass. Hättest du übergekommen, wird das aber mir jetzt nicht gedacht. Nicht zu glauben. Das ist schon crazy, ne. Da kriegst du selbst noch 10 Cent mehr. Da kriegst du auch 10 Cent mehr. Da kriegst du auch 10 Cent mehr. Mhm. Dann regt die riesen Ausbeute. Das ist wohl wahr, ne. Das war ne schlechte Ausbeute. Mhm. Einmal durchgerannt, zweimal durchgerannt. Schweinchen. Ich werd mir ja erst mal einen Plätsch bestellen. Mach da. Bestell den Kaffee, Alter. Ich? Boah, ne. Bist du verrückt, Alter. Hab heute schon 6-7 Stück Intus. Jetzt. Noch einen. Ah, ganz Liebe. Guck mal jetzt. Ja, schauen wir mal. Mein Gott, ey. Ich geb mal gar keine Prognose mehr ab hier, Alter. Ich bin hier schon fast so schlecht wie der Gyny. Da hätte er kommen müssen. Oh, einmal voll, ey. Ich kack ab. 12,80. Du hast ja auch kein Geld. Du hast ja auch kein Geld. Das ist nix. Jetzt. Komm. Hauen wir wieder durchgeroll. Ey. Da haben wir Chancen. Da gibt er ja nicht. Oh. Das ist auch nix. Du stellst dich so zu, dass du nur... Dingens kriegst. Nur 4er. Jetzt voll. Verlängerung. Psss. Guck mal, für nix. Ich glaube, wir können ja nicht zustimmen. Oh, kein Gewinn. Jetzt. Ah, wäre cool. Oh, ätzend, ey. Oh, scheiß auf. Auf jeden Fall. Zumindest kriegst du ja dann noch Spiele, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Wenigstens mal gekriegt. Ja. Wenn du die Ausbeute siehst, dann wird dir ja kotze schlecht, Mann. Buch mal eben da rüber, dann kannst du mal nach Schub machen. Nein. Hier. Meinst du, der kommt nochmal? Ich glaube, wenn der nochmal reingeht, dann macht der auch mit Verlängerung und so'n Quatsch. Was hast du denn? Pff. Ein küt küt bin ich. Kann ich, wie soll ich sagen. So ist das Leben. Haben wir hier alle Spiele drauf, ja? Ja, ja, hier hat der drauf. Beim anderen war das ganze Paket ja rasiert, ey. Da war ja ja nix drauf. Ja, das ist geil. Der hat aus dem 60er-Paket ein 10er-Paket. Ja, Hammer, ne? Die ganzen Spiele abrasiert. Das habe ich mal letztens gesehen, so Leute, die auf 30, 40 Centern haben. Bei dem Spiel? Ja. Ja, ja, klar. Deswegen hab ich jetzt einfach mal gespielt, weil er öfters mal reingeht, aber auch dann immer so'n bisschen. Erinnert mich, wenn du das mal so'n bisschen. Erinnert mich immer so'n bisschen an Fishing Frenzy und sowas, weißt du? Wow. Von alleine, ey. Ich brech ab. Klar. Kannst du mal sehen, ey. Da darfst du nicht mehr weiterführen. Hammer, ne? Und da fällt ja ein, wo ich 200-3er verschleudert hab. Und dann meistens, hohe zu Teil sind die Kacken. Du lässt dein Geld noch da, du wirst noch wie und wie ab. Schau mal. Hammer, ne? Du bist da, du trinkst da. Du verzockst. Und ich mach's dein Geld in den Automaten noch ein bisschen Stück Schaß. Das ist so. Ja, das hört sich assi an. Ist aber so. Du hast ein bisschen aus, dann geht dir der Aschstück, ist da voll und hier, ich kriegst der Aschstück. Ja. Da muss ich dir vollkommen Rest geben, Mann. Ja, ja, klar. Korrekt, korrekt. Ist auch so, wie du sagst. Ja, das ist so. Für Zahlemann und Söhne bist du gut. Ich hoffe, alles andere. Was geht's los hier, Junge? Wo bleibt mir die Töp? Alles wird ruhig. Hm? Auf jeden Fall wird ruhig. Ja, genau. Dann seien kurz vor Schluss vielleicht. So, was sieht denn Taktik jetzt aus? Für mich gibt's beim Zoppen keine Taktik. Okay. Oh, den Lukas, ey. Was soll das für Taktikchen geben? Ach, krass. Ich bin das doch gewohnt, Mann. Voll. So, direkt rüber. Hier schickt man rein an die Scheiße, ob der buchen kann ein Stück Scheiße. Gucken wir mal hier, wie hier Odin läuft. Gucken wir mal, erster Dreh, einen runter. Wieder oben drüber. Sack. Okay. Meistens bringt dir der linke Feature viel mehr als die da, oder? Wie meinst du das? Wenn er links hat stehen bleibt, links... Ach so, und sammelt dann die Wilds. Ja, auf der ersten Wilds. Oh. Ja, aber guck mal, nicht mal voll. Nee. Es gibt kein Achtung. Ja, genau. Ach so, ich kann dasen. In der Körst und Körst, nicht mehr so. ig? woich? Nein. Na, wie nicht immer noch. Das ist so, ich kann mich nicht mehr so. dass ich mich überraschauen. Es geht mal. Ich kann mich überraschauen. Sollen wir mal reingehen, mann, ein bisschen Spaß haben. Alter, wie oft das am Tag klingelt, der Unglaub ist, mann, echt, ich schwöre dir, ey. Jetzt kommen die Spiele. Glaubst du mir? Ja, aber ich hab so ein bisschen Gefühl. Schon wieder eine riesen Täuschung sein hier. Ich glaub, bei ersten Worlds hast du auch noch gar nicht gehört, ne? Nein, nein. Guck mal da rüber und dann tust du den 10er noch da rein, mann. Weil hier dauert sowieso noch. Jede 10er? Nein, den da rein noch. Ach so. Spiel ich jetzt gleich Pirates R Us. Das heißt, von dem Spiel. Das ist alles ausprobieren, ne? Guck mal jetzt. Guck mal, was der aufmacht, ey. Eier im Kopf. Das ist natürlich vorne wieder nix. Das ist natürlich bitter, wenn du gar nicht zum Spielen kommst, ey. Ist das dann voll boring. Das ist so gut. Ja, ich freu mich nicht. Ja, ich fahre immer nicht. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich bin gerade wieder rein und sag. Ja, das ist wohl wahr, Mann. So. Guck, jeder, dann. Tja, wer dir das vielleicht? Ich. Das ist so gut. Ja, das ist wohl wahr, Mann. Und nicht nach vorne ein Feature. Ich kenn das doch. Du weißt ja, das Lipp. Spielvariante CM. Ist ja in der Halle drauf. CM ist ja, aber... CM ist in der Halle überall. CM war für mich eigentlich immer schon so Sparflammen-Dings, ne? CM ist in jeder Halle drauf. Vorher CM, er war für mich immer voll Sparprogramm. So. So. Wie gesagt. Schauen wir mal. Dein Lieblingsspiel, Joach. Meins? Du spielst ja doch gerne, ey. Das ist doch wahr, Mann. Das ist doch wahr, Mann. Im Lieblingsspiel. Das ist doch wahr, Mann. Egal. Der 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 Migale-Mario-Mario-Mario-Mario-Ding시 harsh. Pentiefst Das Weißkette hat der auch nicht drin, oder was? Kübel, oder? Ja, wenn du gar nichts siehst, ist es schon langweilig, weißt du? Du wirst direkt schon müde von. Das ist ja nicht mal so eine Nachlaufchance, weißt du? Zwei Münzen hat die so ein bisschen blrrrrr. Und der ist auch zu meinem Pen. Tja, da muss man den Papa dranlassen. Auf 15. Das ist ja kein Lauf mehr, das ist ja schon verkrüppelt. Ja, das ist wohl wahr. Jetzt spüren wir mal das hier, schauen wir mal. Der gleiche Scheiß wie Odin, ne? Ähnlich, ja. Das kann alles rappeln, wenn die schmeißen, aber... ... 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